Die Sendung von Kurt-Felix bringt mir das Teleboy-Spiel. Und dazu viel Musik! Ich heiße Teleboy und schwanke hin und her. Ja, so ein Teleboy hat mir im Leben schwer. Auch gleich, was mir passiert, ich habe einen langen Schnauf. Wenn ich am Boden liege, dann stehe ich wieder auf. Hoi, hoi, Teleboy, mag es doch genau wie ich. Hoi, hoi, Teleboy, dann lasst Glück euch mir im Spiel. Applaus Das ist ein Bild, das sie natürlich ins Herz schliessen möchten. Ein Schlips und ehrenmodischer, das er an einem Telegirl gefallen tut. Ein rundlicher Bauch als Symbol der Zufriedenheit. Und grosse überdimensionierte Schuhe. Das beweist seine Standfestigkeit. Denn der Teleboy, wie Sie sehen, ist ein Stehaufmännchen. Und ihm sollen auch unsere Kandidaten, unsere Spielkandidaten, den heutigen Abend nacheifern. Das heisst, sie sollen in jeder Situation wieder auf die Beine kommen. Das hier ist der Jury Teleboy. Er gewährleistet einen bannerfreien Telefonservice und sagt uns seine Meinung mit der entsprechenden Daumenbewegung. Wenn ich jetzt den Teleboy beispielsweise frage, wie geht es dir, sehen Sie? Das ist eindeutig. Und zudem kann ich hier ebenfalls auch noch Punkte ablesen. Sie sehen hier unten, zwei Ehepaare haben wir in der heutigen Sendung dabei. Nämlich das Ehepaar Rehmund und das Ehepaar Küng. Und Sie, verehrte Zuschauer hier im Studio, können ungefähr ab Mitte der Sendung mitbestimmen, wie viele Punkte unsere Kandidaten bekommen sollen. Und für Sie zu Hause haben wir eine lustige Sache bereit, wo Sie sogar Gold-Fräneli gönnen können. Aber erst ab Mitte der Sendung. Zwei Ehepaare machen, wie gesagt, in der heutigen Sendung mit. Und zwar begrüsse ich zu allererst Ehepaar Rehmund. Sie kommen ja aus dem Kanton Bern. Grüße Herrn Paar Rehmund. Ja, Paar Rehmund, haben Sie lange oder tiefer? Nein, gar nicht jetzt. Gar nicht? Oder so ein bisschen spannend, einfach. Ja, das ist sehr beruhigend. Wieso, das nimmt mich eigentlich Wunder, haben Sie sich für die heutige Sendung bewahrt? Ich meine, Sie wissen ja gar nicht, was wir mit Ihnen alles machen wollen. Ja, oder man kann nicht einfach nur Fernsehen schauen, oder Beteiligung und Komfort daran. Und dann haben wir Sie einfach einmal ganz spontan angemeldet, oder für einmal mitzumachen. Das ist mutig. Ich meine, Leute im Sport soll das natürlich im Grunde genommen so machen, nicht? Statt immer noch zu schauen, auch mal selber Sport betreiben. Ja, das ist klar. Und Sie machen jetzt eigentlich Sport so quasi, nicht? Ja. Auf diese Art und Weise. Genau. Frau Rehmund, Sie haben zusammen mit Ihrem Mann einen Lieblingstitel bestimmen, und wir möchten jetzt Ihren Mann mit der Lieblingsmelodie Ihnen, Frau Rehmund, vorstellen. Am besten Sie sagen uns den Titel selbst an. Wir haben uns gewünscht, dass Anna Def kann, wenn ich einmal reich wäre. Bitteschön, Hans Möckel. , Herr L리er, wenn du dich niemand in der Tat eun schön ist oder sie hier haben. Dann haben wir zwei Beifall. observers risk ich euch ein Das ist mir dann. Danke. Musik 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 Das für die Zuschauer war das Unterhaltungsorchester vom Schweizer Radio unter der Leitung von Hans Möckel. Ich muss sagen, also ganz, ganz tolle Herren da hinten, die diese Musik machen. Hans Möckel mit seinen Big Band Musicals. Das Unterhaltungsorchester vom Schweizer Radio wird uns also durch die Sendereihe begleiten. Herr Rehm und ich habe gelesen, Sie sind Landwirte. Und es freut mich einmal, einen echten Landwirt in einer Spielsendung zu haben. Ja, haben Sie einen eigenen Bauerngewerbe? Ja, ich tue also mit dem Vater zusammen. Und zwar haben wir noch ein Gewerbe im Kanton Wapp. Und ich muss da hier gerade etwas richtigstellen. In der Zeitung, jetzt sind wir geheissen Gymmene. Und ich muss also sagen, der ist in Ferrenbaum. Die haben wir da schon ein bisschen auf die Kappe geknäuelt, weil gesagt, das musst du auch sagen. Du bist ja nicht ein Müllenberger, du bist ja ein Ferrenbaumer. Und das möchte ich jetzt gerade hier sagen. Aha. So sind Sie also alle politischen Zwistigkeiten jetzt los worden. Jawohl. Ferrenbaum? Ferrenbaum, ja. Aber ist das in der Nähe von Gymmenen, oder? Jawohl. Das ist nur an der Sahne. Die Sahne macht einfach Grenzen. Und das ist wichtig. Da steht die alte Holzbrücke, dass ich schon viele Leute in die gesehen habe, wo es drüber geht. Ja. Haben Sie sich mit Ihrem Vater aufgeteilt in der Arbeit? Ja, wir haben es mehr oder weniger schon ein bisschen eingeteilt. Oder jetzt im Sommer. Wir haben ja noch mehr Dröschere daneben. Und da bin ich meistens unterwegs. Da kann die Frau ein Liedli singen. Also Sie arbeiten mit der Maschine? Jawohl. Und den Vater von Hand, oder? Ja, man kann nicht sagen unbedingt von Hand. Er tut auch lieber mit der Maschine, oder? Aber wir haben uns im Stall immer aufgeteilt. Ich versorge mehr oder weniger. Und er hat einfach mehr Zäu unter sich. Also Zäufuetterei. Ja. Er hat Zäu unter sich. Also ich... Das heisst also nicht, dass er nicht... Ich kenne Sie, Herr Rehmund, ich kenne einen Schulabat. Der hat gesagt, es stimmt wirklich, ich habe 16 Lehrer unter mir. Die, die in seinem Schulhaus Schule gehen. Also 16 Lehrer unter sich. Äh, Frau Rehmund. Helfen Sie Ihrem Mann? Nein, ich habe noch gearbeitet, das erste Mal zu bauen. Ich habe noch ein bisschen. Ah! Oieieieiei. Sie, Frau Rehmund, da haben Sie also wirklich ganz ein heikeles Thema angeschnitten. Apropos Buhren. Ja, ja, ich weiss es. Gell, Sie wissen es? Ja, ja, ich weiss das. Apropos Buhren. Morgen in der Sendung von Tatsachen und Meinungen wird das übrigens behandelt. Das Problem. Ich meine, wir wollen jetzt nicht Tatsachen und Meinungen machen. Nein, nein, schon. Sie sagen, es ist eine Tatsache, dass Sie also für Ihren Mann arbeiten müssen, dass er Buhren kann. Ja, das wirst du noch vermögen zu Buhren. Vielleicht wird das in eine Warnung-Diskussion einbezogen. Wer weiss das. Äh, ich meine, ich könnte man Sie auch schlecht vorstellen, natürlich auf dem Taktor oben oder als Bauerin in einem Gotthelfilm. Oh nein, doch nicht. Nicht? Ich komme schliesslich auf dem Buhren. Mein Vater tut auch Buhren und ich habe früher auch schon gemolken. Sie arbeiten in einem Spital? Ja, ich bin im Inselspital in Bern. Ja, sind Sie denn mal in so einem Spital krank gewesen, Herr Rehmund? Nein, ganz so gar nicht. Oder wir haben ganz zufälligerweise am 1. April das Lehren gekannt. Am 1. April, ja. Ja. Ja, ist alles okay. Aber ich habe keine Tatsache. Nein, nein. Das ist keine Tatsache. Gut. Ja, ich lade Sie ein zur allerersten Spielrunde, Herr Rehmund. Wenn Sie bitte mit mir kommen möchten. Die ersten drei Spiele, die wir machen, die haben wir so aufgebaut, dass Sie sich gut gewöhnen können. Also normale Spiele. Bis zum ersten Musikblock. Aber für nachher können wir nichts mehr garantieren, Herr Rehmund. Das sind die Teleboys. Das ist natürlich der Hauptstab der heutigen Sendung. Der Teleboy. Haben Sie die Spielregeln gelesen, die wir Ihnen zugeschickt haben, Herr Rehmund? Ja, die Spielregeln haben wir gelesen. Und wir haben sie also da vertieft. Wir wissen, dass die Teleboy wanken während anderthalb Minuten hin und her und immer weniger ausschlägen. Ja. Und dann, wenn Sie natürlich nach anderthalb Minuten stößen Sie einfach auf No Punkt. Und jetzt, wenn wir ein bisschen schneller sind, wenn wir das ein bisschen zusammennehmen, wir zwei, dann können wir sie einfach deblockieren. Vielleicht bei 4, 3, 2 oder 1. Mit einem Schlüssel. Mit einem Schlüssel, ja. Sie haben das so fantastisch gemacht. Mit einem Schlüssel, ja. Ich habe glatt gegangen. Sie können die Sendung gleich weitermachen. Können Sie gleich spielen? Ja, also. Ich weiss ja, den Ablauf weiter später nicht mehr. So schwert ich das auch weitermachen. Eben, der Ablauf. Der Ablauf. Der ist ja jetzt wichtig. Herr Rehmund, bevor Sie natürlich den Schlüssel bekommen, wo Sie die Teleboys blockieren können, müssen Sie eine ganz besondere Situation meistern. Und die erkläre ich Ihnen jetzt hierhin. Was machen Sie, Frau Rehmund, Sie als Hausfrau auch neben Ihnen, wenn bei Ihnen zu Hause ein Brand ausbricht? Was machen Sie, Frau Rehmund? Der Feuerwehr anruft. Der Feuerwehr anruft. Der Feuerwehr anruft. Ja. Der Feuerwehr anruft. 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 Die Feuerwehr anruft. Der Feuerwehr anruft. Waren Sie die richtige Nummer, finden Sie nebenan den richtigen Schlüssel um den zweiten Teleboy zu blockieren. Und weiter. Wie verhalten Sie sich, wenn der Brand sich trotzdem weiterentwickelt? Davor stehen Ihnen vier Verhaltensmöglichkeiten zur Auswahl. Wenn Sie die richtige, finden Sie nebenan den richtigen Schlüssel. um den 3. Teleboy zu blockieren. Frau Rehmund, Sie müssen den Schlüssel wählen und Sie rennen mit dem Schlüssel so schnell wie möglich zu den Teleboys hin, als ob es brennen würde. Sie dürfen natürlich jeweils nur einen einzigen Schlüssel mitnehmen. Und Startzeichen... Nein, nicht eine Serie. Startzeichen gebe ich, sobald das Feuer ausbricht. Achtung, jetzt wird es in jedem Moment lodern und da sind wir schon. Und bitte los! Frau Rehmund hat jetzt also die Aufgabe, den Schlüssel zu wählen. Sie hatte das Gefühl, in einer solchen Situation sollte man die brennende Pornflipfanne überdecken. Herr Rehmund hat den richtigen Schlüssel bekommen. Jetzt die zweite ist Stellung von Nummern. 95.02.12 hat sie gewählt. Auch das ist richtig. Und Frau Rehmund meint, man soll in einer solchen Situation den Brand weiter bekämpfen. Aber es ist nicht die richtige Verhaltensweise. Sondern, sie will jetzt das Mobiliar evakuieren. Schaue an die Anstimmung. Immer noch nicht recht. Was ist das? Türen und Fenster zu, meint jetzt in dem Moment Frau Rehmund. Türen und Fenster zu. Das ist ganz komisch, dass der Schlüssel nicht gegangen ist. Nach meiner Meinung, hätte ich dann nämlich gehen müssen, er hätte aus... Ja, ja. Herr Rehmund, Sie haben den Schlüssel zu wenig gut reingesteckt. Türen und Fenster zu wäre richtig gewesen. Auf jeden Fall ist er in dem Moment beim Zwei-Sein. Ja, jetzt. Herr Rehmund, Sie haben es geschafft. Applaus Der Schuhbändl ist aufgegangen. Sind Sie im Turmverein, Rehmund? Nicht mehr. Nicht mehr? Ja, vielleicht wäre es ja noch besser gegangen. Wer weiss. Frau Rehmund, Sie haben es alles richtig gehabt, bis auf die letzte Tafel. Sie haben gemeint, man soll das Feuer weiter bekämpfen, wenn man mal die Feuerwehr angeläutet hat. Ja. Das ist nicht die allerbeste Methode. Denn, wenn Sie es weiter bekämpfen, tun Sie unter Umständen eine Rauchvergiftung riskieren. Wenn Sie das Mobiliar evakuieren, müssen Sie Türen und Fenster öffnen. Ja. Und dann kommt Sauerstoff hin und dann brennt es noch mehr. Das allerbeste ist Türen und Fenster zu. Komischerweise haben Sie ihm den Schlüssel gegeben. Das heisst, komischerweise hätte er dort nicht funktioniert, weil es ihn zu wenig tief reingesteckt hat. Aber Sie hätten das Recht gehabt. Nämlich hier ist der Teleboy, ich habe auf drei Punkte still gestanden und ich möchte Ihnen die Situation geben, in Sachen Punkte, wo Sie drohen zu machen. Sie schauen, wie das atmet. Können wir das mal übertragen? Ja. Jetzt schauen wir mal, wie viele Punkte Sie haben. Vier Punkte bei Teleboy 1, vier Punkte bei Teleboy 2 und drei Punkte. Ich gebe Ihnen jetzt drei. Ja, das stimmt. Das stimmt. Vier und vier ... Elf. Elf. Elf gibt es. Recht herzliche Gratulation. Eine ausgezeichnete Leistung. Von möglichen zwölf haben Sie elf gemacht. Dürfen Sie bitte platzen. Danke sehr. Applaus So. Hier sitzt Ehepaar Küng. Sie können jetzt Ihre Kopfhörer abnehmen. Herr Küng, haben Sie etwas gehört? Etwas gesehen? Absolut nichts gesehen und auch nichts gehört. Sie hatten ja den Schirm über sich. Was lief hier drin? Es ist eine sehr rassige Musiklage. Hingegen war es etwas warm unter dem Schirm. Wir haben leicht geschwitzt. Licht geschwitzt? Es ist besser jetzt. Ja, ich kann ja schon verstehen, gell? Es ist, dass man so alleine da ... So, he? Man sieht einem nicht, dass man da zum Schwitzen kommt. Herr Küng, Sie haben zusammen mit Ihrer Frau einen Lieblingstitel auswählen können. Und wir möchten Sie auch wieder Ihrer Frau zu allererst vorstellen. Frau Küng, was ist das für ein Titel? Als wir zusammengewählt haben, haben wir gerne einen Charleston. Einen Charleston? Jawohl. Hans Möckl, bitte schön. Hação Möckl, bbz, 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 bbz. Musik Musik Tja, das dürfen Sie alles behalten. Danke schön. Ich habe gelesen, Sie sind Bankfiliale Leiter und Sie wissen, in dieser Sendung gibt es erst einmal für Zuschauer zu Hause Goldfreneli zu gewinnen und Sie können auch Goldfreneli gewinnen. Und ganz zufälligerweise habe ich heute von einer grossen Tageszeitung Schlagzeilen gesehen. Ich habe Sie extra mitgenommen, ich wollte es mir rasch unseren Zuschauern zeigen. Das heisst hier, Freneli teuer denn je. Wir haben schon vor einem Jahr bestimmt, dass wir unseren Kandidaten gerne Goldfreneli verteilen möchten. Und ausgerechnet heute sind es auf einem sehr hohen Kurs. Wissen Sie, wie viel das etwa wert sind? Ja, ich habe gerade heute gehört, wieder ein neuer Höchstkurs, scheinbar um die 200 Franken pro 20er, Freneli. Also ich habe in der Zeitung sogar gelesen, 220 Franken. Sie müssen das schon wissen. Ja, der Ankauf und der Verkauf, das ist ein grosser Unterschied in einer Bank. Aber kommt man es bei Ihnen für 200 über 90? Ja, da glaube ich nicht. Da muss man eben 220 oder drüber rechnen. Hingegen geben wir etwas weniger. Ja, geben wir etwas weniger. Ja, geben wir etwas weniger. Wir müssen etwas verdienen. Ja, ja. Frau König, haben Sie den gleichen musikalischen Geschmack wie Ihrem Mann? Ja, teilweise. Teilweise? Ja. Wo können Sie sich unterscheiden, auf welchem Punkt? Bei der klassischen Musik. Gehört er lieber gerne klassische Musik? Nein. Sie gehören lieber gerne klassische Musik. Und Sie haben es lieber etwas lüpfig? Ja, schon lieber. Ja. Also dann, ich meine, der Hans Möckle hat natürlich auch einen Streicher mitnehmen. Hans, du hättest auch eine Sonate spielen können. Gut. Frau König, wo sind Ihre besondere Gemeinsamkeiten? Mal sicher beim Sport. Ja, was ist das für ein Sport? Wir spielen sehr gerne und sehr viel Tennis. Und wir schwimmen auch sehr viel und wir fahren sehr viel Ski. Ja. Haben Sie die Heissglätte in den Ausgesteckten? Das habe ich. Kochherd abgestellt? Alles, ja. Sind Sie ganz sicher? Ich bin ganz sicher. Gehen Sie einmal nochmal schauen. Ja. Also, wie Ihnen bei Hause kann es nicht brennen? Nein, es kann nicht. Aber Frau König, jeden Tag gibt es in der Schweiz ein Brand hervorgerufen durch überhitztes Öl. Und um das geht es jetzt. Ich will nämlich wissen, wie Sie den Brand bekämpfen, was Sie überhaupt in einer solchen Situation machen. Und da lade ich Sie jetzt ein zum Spiel Nummer 1. schicken. Wir haben Ihnen auch die Spielregeln zugeschickt. Sie wissen ja, wie die Teleboys funktionieren. So kann ich mir ersparen, verehrte Zuschauer, das zweite Mal die Spielregeln genau erzklären. Hier ist das Pult, wo wir die Teleboys starten. Das allererste, Herr und Frau König, wollen wir dann von Ihnen wissen, dass Sie den richtigen Schlüssel bekommen, wie Sie die Pommes in der Pfanne, die brennenden, bekämpfen. Dann wollen wir noch die Telefonnummern wissen, die für Rheinfelder gilt, dass Sie die Feuer bekommen und dann wollen wir noch wissen, was Sie machen, wenn sich der Brand weiterentwickelt. Frau König, Sie müssen den Schlüssel wählen und Sie, Herr König, wollen so schnell wie möglich. Sind Sie im Turnverein? Einmal gewesen. Einmal gewesen. Einmal gewesen. Sie brauchen jetzt sehr viel Luft. Sie müssen also so schnell wie möglich zu den Teleboys herrennen und diese Teleboys blockieren. Ich gebe Startzeichen, sobald das Feuer lodert, es wird jeden Moment so weit sein, bis die Pfanne brennt. Und los geht's. Sie müssen den Schlüssel holen, Herr König. Ja, ja. Die Frau rennt. Schön, dass Sie dem Mann helfen wollten, aber er muss das abdürfen, der Schaumlöscher ist falsch. Jawohl. Jetzt hat Frau König gedacht, man müsse die Pommes in der Pfanne überdecken und bestimmt. Jawohl. Doch, Sie können bereits die Telefonnummer wählen, Telefonnummer 17. Schauen wir mal, ob die Telefonnummer 17 stimme. In einem solchen Fall, wenn man die Feuerwehr rufen muss, das stimmt nicht. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Jetzt nimmt Frau König die Telefonnummer 18. Oh nein. So, jetzt können Sie bereits zum nächsten gehen. Was machen Sie, wenn sich der Brand weiterentwickelt? Schauen wir mal, was Frau König meint. Sie meint weiterbekämpfen den Brand. So, den Teleboy kann man immer noch nicht blockieren. Jetzt habe ich den besser. Jetzt hat sie den besser, hat sie gesagt. Türen und Fenster auf, dass der Rauch raus kann. Gell, Sie? Stimmt halt da nicht. Aber der stimmt. Türen und Fenster zu. Herr König. Ja, also im Grunde genommen, Frau König wäre in dieser Zeit Ihr Haus ja runtergebrannt. Ich möchte also dem Feuerwehrkommandanten von Rheinfelden sagen, die nächste Feuerwehrübung bitte an der Karl-Günther-Strasse 18 in Rheinfelden abhalten. Haben Sie schon mal die Feuerwehr im Haus, Frau König? Nein. Dann wissen Sie, die Feuerwehr ist eine Organisation, die mit Wasser ruiniert, was durch das Feuer noch verschont geblieben ist. Also es ist besser, wenn die Feuerwehr nicht zu Ihnen kommen muss. Tja, Sie meint Schaumlöscher. Das haben vielleicht noch viele Zuschauer gemeint. Schaumlöscher sei das Beste in einer solchen Situation. Aber der Schaumlöscher ist auf Wasserbasis aufgebaut. Und wenn Sie mit einem scharfen Strahl in die brennende Pompfritpfanne reinschiessen, verjagt es in ein ganzes Feuer und es brennt noch mehr. Am besten ist, luftdicht überdecken in einer solchen Situation. Das heisst, möglichst keinen Sauerstoff mehr zukommen lassen. Sie haben aber sehr das Fenster aufgemacht. Das hätte sich ganz verheerend auswirken können. Und Sie, verehrte Zuschauer, haben vielleicht heute Abend ganz kleine, wichtige Informationen mitbekommen, wie man so etwas meistern soll. Eine brennende Pompfritpfanne. Wie schon gesagt, jeden Tag passiert das. Darf ich Sie bitte platzen, Frau Küng? Zuerst muss ich kurz die Punktzahl ablesen. Der erste Teleboy ist auf 4 Punkte geblieben. Der zweite auf 3 Punkte. Der dritte auf 1 Punkt. Das heisst, 4 und 3 sind 7 und 1 sind 8. Somit hat das Ehepaar Küng 8 Punkte und das Ehepaar Rehmund 11 Punkte. Das Ehepaar Rehmund ist ganz ein bisschen im Vorsprung. Und nun darf ich die beiden Ehemänner zu mir anbieten für das nächste Spiel. Hier brauchen wir zwei Autos, denn die nächste Situation können Sie lösen, wenn Sie manuelle Geschicklichkeit beweisen tun. Bitte schön, Herr Küng. Bitte schön, Herr Rehmund. Sie sehen nickel-nagelneue Wege. Und in einem Auto sitzt der Herr Hans-Rudy Graf. Der Herr Graf ist Automechaniker und er wird Sie jetzt in die nächste Situation einführen. Bitte schön, Herr Graf. Hier sind unsere beiden Kandidaten. Und das ist der Herr Graf. Jetzt ist es an Ihnen, unsere Kandidaten in die entsprechende Situation einzuführen. Der Februar zeichnet sich aus durch viel Regen und Schnee. Wir nehmen an, Sie sind mit dem Wagen unterwegs mit Ihrer Frau. Plötzlich stellt der Schiebenwischer herab und geht nicht mehr. Was tun Sie in Ihrer Situation? Lassen Sie sich etwas einfallen, die Panne zu beheben. Da haben Sie Ihre Hilfsmittel. Schrauberzieher, Schere, Zange, alles was Sie brauchen. Schirm, Schwamm, alles hat es da. Also, die Situation. Sie haben es präsent. Ihre Schiebenwischer sind ausgestiegen. Was machen Sie in dieser Situation, dass Sie die Panne beheben können? Das passiert ja etwa hier. Die Teleboys programmieren wir jetzt auf ungefähr sechs Minuten. Sobald Sie eine Lösung gefunden haben für das Problem, dürfen Sie die Teleboys blockieren. Ein Schlüssel für Sie, Herr Küng, und ein Schlüssel für Sie, Herr Rehmund. Ihr Auto ist das vordere und Sie können das grüne übernehmen. Ist Ihnen alles klar? Beide Scheibenwischer können nicht. Beide. Ja, ich meine, wenn Ihr einen Lauf da, wo Sie durchschauen können, das geht schon. So, und jetzt starte ich mal die Teleboys wieder. Sie sind, wie schon gesagt, programmiert auf sechs Minuten. Ich wünsche Ihnen zum Lösen dieser Aufgabe viel Glück. In der Zwischenzeit haben sich unsere Kandidatinnen bereits angefreundet, unsere beiden Ehefrauen mit Stefanie Glaser. Stefanie Glaser wird Sie jetzt, verehrte Damen, in die nächste Situation einführen. Bitte schön. Also, bitte stellen Sie sich vor, das wäre jetzt Ihr Wohnzimmer, Ihres Frau Rehmund oder Ihres Frau Küng. Und das hier, das ist Ihren Sohn Ursli. Jetzt hat sich die Tante Elisi angemeldet zum Ferien. Und die Tante Elisi, das ist ein Nervenserer. Ah! Sie hat sehr, sehr viel Geld und ein wunderschönes Ferienhäuschen, das ihr jederzeit hergibt. Das heisst, solange ihr ihr pariert natürlich. Ihre Männer haben sich diskret verzogen, zum Beispiel in die Garage, machen irgendetwas am Auto, weil sie sich nicht begegnen wollen natürlich. Und Sie müssen jetzt also die Tante Elisi in Empfang nehmen. Viel Vergnügen. Danke. Die Situation ist ganz klar. Frau Küng, darf ich Sie bitte, sich wieder einkapseln zu lassen und die Musik aus, also die Kopfhörer nicht vergessen. Wir haben eine Kontrolle eingebaut, dass wir in der Zeit wissen, ob Sie die Kopfhörer eignen. Und Sie, Frau Rehm und Sie sind jetzt dran. Wir sind jetzt gespannt, wie Sie auf die Situation reagieren. Ich kann nur noch sagen, bitteschön, Stefanie Glas. So, da bin ich. Ist das wieder ein Februarmeter? Lief mir raus, ja? Nein, 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 nein. Ich bin so aufgeregt. Weisst du, ich habe so viel... Sag mal, wo ist der Papi? Wo ist der Papi? Warum ist er mich nicht nachholen? Der Papi hat so viel zu tun. Ja, ja, hat so viel zu tun, aber trotzdem. Mir ist einer passiert. Das ist Wahnsinn. Ich musste doch den Bus nehmen, nicht? Ja. Ja, genau. Und dann sollte ich auch sagen, als ich eingestiegen bin, habe ich plötzlich die Station nicht mehr gewusst. Und dann habe ich einem Chauffeur gesagt, zur Lindenstrasse 216. Der hat mich ganz frech angeschaut. Also, was diese Fänge erlaubt ist, das ist also allerhand, sage ich dir. Das ist fürchterlich. Und dann hat er aber gesagt, er lässt mich an der Endstation raus. Wissen Sie, wo er mich rausgehauen hat? An der Endstation? Dann musste ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen und der ganze Regen. Das ist schrecklich, nein. Sag mal, ist das der Gummibaum, den ich euch geschenkt habe? Ja. Ja. Ach, der ist aber schlecht. Ja, du armen Arme. Ja, der bekommt sicher zu wenig Wasser. Ja, der ist ja ganz trocken. Und jetzt hört er auch nicht so nach bei der Türsteine. Von wegen Durchzug. Das ist nicht gut. Ach, der Urusli. Urusli, komm mal zu. Wie geht's? Dann freut Sie sich, dass Scotty wieder mal da ist? Ja, ja. Wir haben alle schon verfreut. Ach, das ist fein. Das gehört mir gerne. Ja, ja. Der Papa hat auch gesagt, bevor er gegangen ist. Die hat uns gerade noch gefällt. Was? Also, das ist doch... Eine Beleidigung ist das. Das ist eine liebliche Tante. Das darf ich mich nicht bitten. Das ist alles viel. Nein, das ist... Bitte, bitte. Nein, nein. Ihr habt mich eine Weile gesehen. Ihr habt mich eine Weile gesehen. Das kann ich auch sagen. Und Ferien haben wir das letzte Mal gemacht, wie mein Mäusli. Ja, nein. Und der Gummibaum, den nehme ich an. Das hat mich immer wieder gesehen. Und der Gummibaum. Das macht mich nicht. Das macht mich nicht. Aber los mal, warum muss ich das jetzt dem Tante Elyse gesehen? Der Papi hat's doch gesagt? Der Papi hat's doch gesagt. Ja, weisst du, so schlimm ist das nicht, was der Papi sagt, stimmt schon. Ja, aber trotzdem. Jetzt hat es ihm das vielleicht nicht so sagen. Könnte schon sein. Könnte schon sein, gell? Aber so schlimm ist das auch nicht auf Tante Elisi. Sie sind mir gleich auch nicht angewiesen. Gell? Ja. Danke noch vielmals, Frau Himund. Danke für Ihre Zeit. Die Schabbau, Frau Himund, dürfen Sie bitte Platz nehmen. Usli, hast du es gut gemacht, gell? Und jetzt schauen wir mal, was Frau Küng in dieser Situation macht. Zaller ist aber im Blick rasch zu unseren Automobilisten. Schauen, ob sie diese Situation schon gemeistert hätten. Zaller ist auf das Auto des Herrn Rehmund. Er hat die Motorhaube aufgetan. Er ist schwer am Reparieren. Er liegt im Auto hinein. Und hinten sehen Sie den Teleboy, der sich immer noch bewegt. Er hat also immer noch die Fuss, aber bewegt sich im Bereich 1 hinein. Und jetzt macht er das Auto ganz kaputt. Und, äh, nachher schauen Sie zu Herrn Küng. Schauen Sie, wie der Herr Küng da steht. Wie glücklich. Er hat den Teleboy auf vier Punkte, äh, ja, auf gut vier Punkte, können wir sagen, blockieren können. Steht selbstsicher daneben. Hoffentlich habt ihr die richtige Lösung gefunden. Frau Küng, jetzt sind Sie dran. Die Stefanie Glaser kommt. Viel Vergnügen. Applaus Das ist mir auch schon noch nie passiert. Zeugruben, Fuss machen, dass sie Fuss kommen. Ich habe gesagt, schau mal. Nein, jetzt lebe ich doch ganz gemütlich die Strasse durch. Und plötzlich höre ich von hinten. Ich habe ja müssen, gell? Wenn man mich nicht kommt, kann ich nachholen. Ich meine... Ich habe ja... Ja, Herr der Panik. Ja, Herr der Panik. Ja, das ist gut. Ja, das ist schon ironik. Aber trotzdem... Ich sage dir gerne, da lebe ich als gemütlich die Strasse drauf. Und plötzlich höre ich hinter mir jemanden rufen, der sagt, Geigel, Geigel. Ich rühre mich um, sehe ihnen nichts. Und dann... Dann wieder Geigel, Geigel. Und plötzlich tanzen ein paar Buben um mich um, wie verrückt, und rühren mir Konfetti an und sagen, der Geigel, der Geigel. Und ich habe dann gefragt, wo? Weil ich ja niemand gesehen habe. Und dann sind die fast gestorben vor Lachen. Also ich sage dir, wenn ich... Wenn ich einen von denen erwünscht hätte... Aber nichts. Ich habe mich gerade noch hierher retten. Und jetzt beisst es mich überall. Ach ja. Ja, dafür bin ich ja da. Gell? Danke dir vielmals. Also da habe ich auch ein paar Küche in mir. Kassnads Küche, gell? Grüße Sie. Grüße Sie. Hast du Freude, dass Gotti wieder mal da ist? Ja, wir haben alle schon gefreut. Oh, das ist fein. Das gehört mir gerne. Ja, ich habe Papa auch gesagt, bevor er gegangen ist. Die hat uns gerade noch gefehlt. Ja. Was? Nein. Also das ist zu viel. Nein. Das ist eine Beleidigung. Das ist... Das ist der leibliche Tat. Nein. Das ist also... Wir können das nicht machen. Wir haben die Geschwilchen gesehen. Und die Ferien können ihr auch nicht mehr machen bei mir. Das ist das letzte Mal zu alt und die Küche... Das hast du gehört. Ja. Aber weisst du, es sollte nett sein mit Tante Elise. Wir möchten doch gerne ein bisschen Skifahren. Ja. Tust du doch gerne Skifahren, oder? Ja. Ja, eben. Weisst du, bist doch ehrlich, das weiss ich. Der Papi schätzt Tante Elise nicht so viel, weil sie so furchtbar viel spricht. Ja. Aber das nächste Mal kannst du vielleicht ein bisschen überlegen. Ja. Gell? Du denkst auch um seine Ferien. Man möchte doch gerne Skifahren. Du gehst doch so gerne. Ja. Oder nicht? Wenn wir mal Tante Elise schauen können, ob wir sie treffen können, wollen wir auch rufen gehen. Und du bist wichtig, bist du nett mit ihr. Du küsst sie noch. Die lässt sie sich dann wieder besögen. Nicht unbedingt. Vielen Dank. Danke. Ihre Reaktion, und auch die Reaktion von der Frau Rehmund, wird jetzt von drei Experten begutachtet. Und bis der Entscheid raus ist, darf ich sie bitte wieder Platz nehmen. Jetzt wollen wir mal schauen, was unsere Automobilisten gemacht haben in dieser Zeit. Der Herr Rehmund ist völlig verzweifelt neben seinem Auto zu, aber immer noch heiteren Mutes. Stellen Sie sich vor, wenn Sie so lange hätten, müssen Sie im Regen rausstehen, weil es jetzt schon nass wäre. Ja, ja. Aber wegen dem ist der Scheibewürf sich nicht da. Geht er einfach nicht. Ja, der Teleboy steht auch bei einem still. Er ist also von mir selber still gestanden. Ja. Aber immerhin, äh, eins geben wir noch. Einen Punkt geben wir noch. Und wo ist das jetzt gelegen? Ja, er ist eben kaputt. Sie hat sie da, ist kaputt. Und Sie wären jetzt einfach im Regen rausgestanden und hätten verzweifelt gewartet, bis jemand abgeschleppt hat, oder? Nein. Herr Rehmund, Sie sind doch Landwirt, Herr Rehmund. Ja. Haben Sie auch Apfel? Apfel? Apfel. Gut. Schauen Sie, wir haben nämlich hier Apfel. Der Apfel ist nicht immer sonst da. Kommen Sie bitte zu mir hin, dass ich das unseren Zuschauern zeigen kann. Als Landwirt nehmen Sie also neben dem Banner-Dreieck und neben dem Abschleubseil in Zukunft auch noch einen Apfel mit. Dann schneiden Sie den in der Mitte abendschneiden. Also nicht, dass Sie ihn eben voran essen. Und dann fahren Sie auf der Scheibe von oben nach unten runter. Das heisst, die Säure, die der Apfel hat, automatisch Fettschicht, die die Tropfen bildet, wenn das Wasser darauf fällt, neutralisieren. Das heisst, Sie haben in jeder Zeit, wenn das Wasser darauf fällt, keine Tropfen mehr drauf. Ich mache das jetzt extra genau. Ich möchte sagen, ich habe mich bereits geschnitten. Unsere Requisiteure haben ein ausgezeichnetes Messer hier hin. So. Sehen Sie? Und jetzt ist die Fettschicht weg. Das heisst, da drauf kann sich jetzt kein Tropfen mehr bilden. Einen Kleberli brauche ich dann noch. Und jetzt mache ich mal einen Mitarbeiter von uns kurz den Test. Sie sehen, da wo ich also... Ja, danke vielmals. Sie sehen, da wo ich jetzt mit dem Apfel runtergefahren bin, da können sich keine Tropfen bilden. Da haben es noch überall Tropfen. Und da an dieser Stelle nicht. Das reicht noch für Sie, um an die nächste Tankstelle zu fahren. Also, Herr Rehmund, Sie haben wieder einen neuen Absatz. Äpfel werden übermorgen in Hülle und Fülle gekauft. Ich denke, wir sind dazwischen für die Pflegung, für das Flicken, oder? Ach so! Ich meine, das, was noch vorgebleibt, kann man natürlich noch an den Essen. Herr Rehmund, dürfen Sie bitte Platz nehmen? Und jetzt kommen wir mal zum Herrn Küng. Was haben Sie denn schon gemacht? Es ist ja so, ich bin fachtechnisch nicht allzu gut bewandert. Die erste Idee war folgende, aber ich habe mich das nicht getraut, an dem nigelnagelneuen Wagen. Ich hätte den Hammer genommen und hätte die Scheibe eingehauen. Ich habe da gewisse Erfahrungen, ich bin auch schon mehrere Kilometer Meter ohne Scheibe gefahren. Und das ist also gut gegangen. Aber wissen Sie, wie teuer das das kommt, wenn Sie einfach die Scheibe einhauen? Die Scheibe würde schon nicht mehr gehen. Da kommt also ein Abschleppwagen noch billiger, glaube ich, in einem solchen Fall. Die zweite Idee war folgende, dass ich dachte, ich probiere es einmal mit Haarlack, ob es etwas nützt. Das weiss ich nicht. Eventuell. Sie haben Haarlack darauf gespürzt? Ja. Es hätte es vorher ein bisschen Schimmer gegeben. Ja, aber Sie, das sehen Sie gar gar nicht mehr durch. Ich meine, der Schnee langt ja schon ins Wasser, aber der Haarlack nicht. Ja, es gibt natürlich noch eine weitere Methode. Und zwar, schauen Sie, Herr Küng, Sie könnten hierher eine Schnur befestigen. Und auch hierher. Und die Schnur innen durch. Ich mache es jetzt also einmal. Wir haben nämlich hier Schnür. Wo hat es Schnür? Mit dem Draht. Doch, da unten hat es eine Schnur. Eigentlich hätte ich die Schnur vorbereiten sollen, aber ich habe jetzt die Schnur in den anderen Hosen. Wissen Sie, in den Hosen, die ich die Sendung geprobt habe. Das ist jetzt in der Garderobe die Selbstschnur, die ich vorbereitet habe. Jetzt geht die Sendung ein bisschen länger, oder? Aber bis es zu der zweite Ausgabe der Tagesschau geht, bin ich dann auch soweit. So. Jetzt kann man das also da so anbinden. Sehen Sie? Und jetzt gehen wir mal... Sehen Sie, jetzt kann man da ziehen. Das heisst, wenn die Frau hinter Ihnen sitzt, kann sie also da ziehen. Nicht? Ja. Und wenn ich auf der anderen Schnur... Alleine befestigen. ... kann man wieder zurückziehen. Ja. Und danach können Sie so bis zur nächsten Garage fahren. Aber es nützt natürlich nichts, wenn Sie vorne noch Sprei drauf spritzen. Dann bleibt jetzt ein bisschen. Ja. Das Telefon lutet. Der Chef-Teleboy lutet an. Hallo. Hallo. Der Herr Krün... Sie sind sehr nett. Sehr nett. Sehr nett mit den Kandidaten. Danke schön. Also, auch der Herr Krün kommt natürlich noch einen Punkt. Sie haben den ganzen Experten gegeben. Zu welchen Firmenentscheid sind Sie gekommen? Wem können wir diese vier Punkte geben? Wir haben beschlossen, die Frau Rehmund zu geben. Vier Punkte und drei Punkte der Frau Küng. Können Sie den Entscheid noch begründen? Ja. Wir haben gefunden, dass die Frau Rehmund doch das ausgezeichnet gemacht hat. Sie war lieb mit dem Buben. Sie hat es verstanden. Sie hat nichts geschumpft mit ihm. Sie ist dazu gestanden, dass er eigentlich etwas... was nicht ganz korrekt war. Hingegen die Frau Küng wollte am Schluss ein bisschen zu viel und hier mit Küssen und so weiter. Darum haben wir das einen Punkt weniger gegeben. Gut. Das ist ein ganz klarer Entscheid. Der Punkt der Stand, wenn er jetzt steht, sage ich Ihnen, verehrte Zuschauer, nach der nächsten Musiknummer. Denn Musik hätte der Teleboy Ihnen viel versprochen. Wir hören jetzt einmal Hans Möckel-Formationen an. Hans Möckel ist Leiter vom Unterhaltungsorchester vom Schweizer Radio. Zudem ist er auch noch Dirigent der Stadtmusik Zürich. Jetzt erleben wir heute eine Premiere im Teleboy. Er wird nämlich beide Formationen jetzt einmal miteinander dirigieren unter dem Titel Flammen empor. und jetzt erwähnt sie mal. Jetzt auf Oder dem Titel Flammen im Telefon. Musik 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 Applaus 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 Die CSL haben uns natürlich auch Wunder genommen, wie die Kandidaten nicht nur im Spiel, sondern auch im Ernstfall reagieren. Schon lange vor der heutigen Direktsendung haben wir unsere beiden Ehemänner in eine ungewöhnliche Situation gebracht, ohne dass sie etwas davon gemerkt haben, dass wir das absichtlich gemacht haben. Das heisst, wir haben sie eingeladen ins Fernsehstudio zu einem Test, zu einem Teleboy-Test. Sie mussten Testblätter ausfüllen, damit wir schauen, ob sie sich überhaupt als Kandidaten eignen. Und wir wollten wissen, in diesem Zusammenhang, wie reagiert ein Mensch, der von einem Augenblick auf den anderen ein Fernsehkommentar reden muss, ohne dass er sich darauf vorbereiten konnte. Wir haben die Kandidaten hier in diese Situation gebracht, wo sie am 8. Januar zu einem Test auf Zürich angetreten sind. Unter einem guten Vorwand haben wir sie in die Sprecherkabine reingelotzt. Die sieht ungefähr so aus. Da hat sie einen Tisch, einen Stuhl, zwei Mikrofone und vorne eine vollautomatische Kamera. Die Kandidaten sind also da gesessen, das heisst Herr Kün und Herr Rehmund, und sie haben hier ihre Testblätter gelöst. Nach etwa 10 Minuten haben wir aber eine Fernsehäkippe vorbeigeschickt, das heisst eine technische Äkippe. Und die hat jetzt gemeint, es handelt sich dabei um den Kommentator, der jetzt in den nächsten zwei Minuten gerade eine Sendung hat. Wir wollten jetzt wissen, wie reagieren die Kandidaten auf diese Situation. Wir haben extra vorne ein Tafel hingestellt. Da heisst es drauf Dr. Pius Hürlimann. Und der Ansagetext, und das müssen Sie sich jetzt ganz genau merken, verehrte Zuschauer, haben wir links, da so aufs Pult angelegt. Von Ihnen aus natürlich rechts, der liegt also da. Und wir wollten jetzt wissen, was macht Herr Rehmund und Herr Kün, wenn Sie bemerken, dass Sie mit dem Dr. Pius Hürlimann verwechselt werden, der jetzt dann gerade eine Sendung hat. Sie, verehrte Zuschauer, oder Ihnen, sollen entscheiden, welcher Kandidat diese Situation besser gemeistert hat. Dass Sie wissen, wie die ganze Prozedur abläuft, möchten wir Ihnen zuallererst die Reaktion von unserem Reservekandidaten zeigen, nämlich von Herrn Leuzinger, der ebenfalls heute im Publikum anwesend ist. Sie sehen jetzt also eine Aufzeichnung von 8. Jammler. Hier kommt schon der erste Techniker rein, der das Licht richtet. Der Herr Leuzinger ist immer noch ruhig. Jetzt wird er schon ein bisschen nervös, sehen Sie? Ich bin jetzt eben nicht richtig, oder? Grüß Gott. Darf ich budern? Ja nein, ich bin... Jetzt kommt der Arzt, budern, beauftragend, budern, Entschuldigung. Ist wahr? Ich lehnte ein bisschen Nase. Ja. Kein Problem. Kein Problem. Wange, sind Sie sicher? Wer hat denn auch... Ich bin sicher, er muss budern. Jetzt ist ich alles klar. Dankeschön. Wenn Sie budern, dann ist das gut. So, der erste Schreck hat also der Herr Leuzinger überstanden. Jetzt haben wir unsere Fernsehsprecherin Drita Andermann vorbeigeschickt und gesagt, sie müsse ganz kurz sagen, grüße, Herr Doktor und sofort wieder verschwinden, bevor er so antworten kann. Und wenn er im Fall will nachrennen, dann müsse ich ihn möglichst unfreundlich abweisen. Ja nein, ich bin nicht Doktor, Sie. Jetzt ist es ums nicht mehr wohl auf seinem Stuhl. Denn er könnte in jedem Augenblick der Schweizer Bevölkerung gesehen werden. Sie, raus bitte. Entschuldigung, aber ich muss wirklich denken. Machen Sie bitte die Türen zu. Ja, lassen Sie es, lassen Sie es, gehen Sie bitte. Sie wollen es, ich möchte es. Ein andermann hatte die grösste Mühe, dass er nicht wieder zur Sprecherin in die Kabine rauslotsen konnte. Linde hat sich Platz. Sie sehen, er wogt sich nicht mehr vor die Kamera. Moment, Entschuldigung, Sie sind doch Herr Doktor Hörlimann. Nein. Ja, Sie machen Spass, wir sind auf Sendung. Ja, wer, nein, das kann sich doch niemand hineingeführt haben. Nein, 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 Heroin. Ja, hören Sie, dann müssen Sie uns jetzt helfen. Wir sind auf Sendung, wir haben jetzt gerade eine kleine Panne. Sie sind jetzt einfach der Doktor Hörlimann. Tja, also der Herr Leuzinger, unser Reservekandidat, haben wir nicht mehr auf seinen Stuhl zurückbewegen können. Jetzt schauen wir mal, was der Herr Rehmund macht. Das ist der Herr Rehmund. Wieso? Grissgott, darf ich? Pudden, Entschuldigung. Ein bisschen Stirne und Nase. Dankeschön. Danke schön. Guten Tag, Doktor. Guten Tag. Hörlimann, Herr Oktar, würden Sie bitte gerade aufsetzen? Hörlimann, danke. Herr Dr. Hürimahl, würde Sie bitte rasch Ihres Bleistift weglegen, dass Sie bereit sind. Vielen Dank. Guten Tag, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zum ersten Mal zu unserem Telekolleg-Kurs in Axiologie. Wie Sie bereits aus unseren Ankündigungen erfahren haben, können Sie das Studienmaterial zu § 2750 bei uns beziehen. Die Adresse werden wir Ihnen am Schluss der Sendung bekannt geben. Zunächst aber wird Dr. Pius Hürimahl, Lektor der Axiologie an der Universität Freiburg, versuchen Sie mit einigen Einleitungsworten in die Materie einzuführen. Liebe Zuschauer, hier machen wir in der Sache Nexologie ein wenig weiter. Wir machen Lektion 1. Ich habe letztendlich schon mal wieder sicher aus der Zeitung erfahren. In der Zeitung ist das ein Kurs, welcher ganz wichtig ist. Der sowjetische Presser Lukas Selikov hat in seiner Lehre erklärt, um es kurz zu sagen, Nexologie ist die Lehre der ganzheit Wissenschaft oder vielmehr, sie ist ganzheit Wissenschaft selber. Applaus Dann können wir uns mal schauen, wie Sie in dieser Situation reagiert haben. Sehen Sie, wie Sie da schwer studieren? Pius Hürimahl. 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 Danke. Bisschen Puder, Naseri. Oh ja, wunderbar, wunderbar. Schauen Sie es ab, bitte. Die Dina. Danke, ja. Sehr gut. Danke schön. Bitte. Guten Morgen, Dr. Guten Tag. Nicht ganz. Ja, was ist mein Lieber? Für einen andermann sind Sie nachher Spaukosen kurz vor Sämtung, ja? Entschuldigung. Ich bin nicht der Herr Doktor. Ich sehe Sie leider. Ich sehe Sie, aber ich kann Sie nicht hören. Sitzen Sie doch bitte rasch gerade auf, wenn Sie einen Zuhause haben. Ich sehe nicht. Ich sehe. Ich sehe Sie, Sie nicht hören. Ich sehe Sie, Sie nicht. Ichigh eta Schen Pe seen. Ich sehe Sie nicht. Ich sehe Sie nicht viel. Ich sehe Sie nicht. Guten Tag liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie heute zum ersten Mal zu unserem Telekollegos Nexiologie. Wie Sie bereits aus unseren Ankündigungen erfahren haben, kann das Studienmaterial zum Preise von 7.50 Franken bei uns bezogen werden. Die Adresse werden wir Ihnen am Schluss der Sendung bekannt geben. Zunächst aber wird Dr. Pius Hürlimann, Lektor der Nexiologie an der Universität Freiburg versuchen, sie mit einigen einleitenden Worten in die Materie einzuführen. Achtung Herr Dr., reine, dort. Entschuldigung, mein Name ist nicht Herr Dr. Pius Hürlimann, sondern ich bin der König aus Rheinfelder und bin eingeladen für die Teleboy-Sendung. Moment, Entschuldigung, Sie sind doch Herr Dr. Hürlimann. Nein, nein, sicher nicht. Wer hat jemand da reingeführt? Entschuldigung. Nein, nein, das kann sie doch nicht mehr reingeführt haben. Wer hat ein Herr da reingeführt, Entschuldigung. Ja, wursen Sie, dann müssen Sie uns jetzt helfen. Ja, bitte. Wir sind doch Sendung, wir haben jetzt gerade eine kleine Panne. Ja. Sie sind jetzt einfach Dr. Hürlimann. Sie nehmen den Zeslu neben Ihnen ein und lesen uns die Einführung in die Nexiologie. Ist das in Ordnung? Gut, ich mache das. Wunderbar, das ist ja. Telekollegos Nexiologie, Lektion 1. Einführung in den neuen Kurs Nexiologie. Meine lieben Zuschauer, die Sprecherin hat Sie soeben eingeladen, unseren neuen Kurs mit dem Titel Nexiologie zu verfolgen. Wir freuen uns, dass so viele unter Ihnen bereit sind, sich in diesen neuen Zweig der Wissenschaft einzuarbeiten und geben deshalb gerne dem vielseitigen Wunsch Raum, in ein paar Worten zu erfahren, was Nexiologie eigentlich ist. Das hat uns der sowjetische Professor Vukosch Lelikov in seiner Lehre erklärt. Nun, um es kurz zu sagen. Nexiologie ist die Lehre von der Ganzheitswissenschaft. Oder vielmehr, sie ist die Ganzheitswissenschaft selbst. Im Zeithalter des Computers ist es, um es einmal ganz volkstümlich zu sagen, möglich geworden, ja sogar notwendig geworden, die strikte Trennung der einzelnen Wissenschaftszweige insofern aufzuheben, als die empirischen Resultate des einen zwangsläufig mindestens Seitenzweige, wenn nicht gar den Stamm selbst der anderen tangieren. Nexiologie ist also Wissenschaft an sich. Wer aber unter Ihnen, liebe Zuschauer, fühlte sich nicht dazu berufen, eben Wissenschaft an sich zu treiben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen die nötige Ausdauer und viel Erfolg. Das war sehr gut, Herr Köck. Herr Uehler, war noch das ganz gut. Ich bin sehr leid. Applaus Sie haben die Aufzeichnung ja jetzt erst einmal gesehen. Sie haben einmal an einer gewissen Situation etwas vorgenommen, das Badmänner oder so. Was haben Sie da machen? Ich habe dort Badmänner vorgenommen, wo es so langsam aber sicher ungemütlich geworden ist. Und habe sehr wahrscheinlich eine Visitenkarte rausnehmen wollen. Ich weiss nicht, ob ich kein Beamer gehabt habe oder ob ich es nicht gefunden habe. Oder vielleicht habe ich gefunden, es sei zu klein. Für einen anderen Mann würde ich das nicht sehen. So eine neckische Visitenkarte. Und dann, Sie denken, Sie würden das auch gross schreiben? Ich habe es dann gross geschrieben auf der Zettel. Also, Küng ist mein Name. Küng ist mein Name. Sie, das ist fast vor dichterischer Flüssigkeit, das Wort. Küng ist mein Name. Herr Küng, Sie haben das Herzkloppen überkont in einer solchen Situation. Ja, ich möchte sagen, es war mir nicht mehr ganz so wohl. Aber ich habe gefunden, blamieren sollte man sich nicht allzu stark. Fernsehen will ich schon gar nicht blamieren. Ich habe auch nicht gewusst, ob das eine echte Panne ist. Ich bin der Meinung, beim Schweizer Fernsehen passiere ich keine Panne. Aber es hätte auch mal möglich sein können. Sie, Sie sagen Sie das nochmal beim Spass. Was ist beim Schweizer Fernsehen? Eben, sollte keine Panne passieren. Sie hat vorhin gesagt, passiert keine Panne. Jetzt hast du schon gesagt, sollte. Das ist natürlich ein Unterschied. Entschuldigung. Eine Kinnheit. Herr Küng, Sie haben also gedacht, wenn man mich nicht hört, so will ich mich schriftlich äussern. Ich glaube, das ist doch Ihre Meinung. Das ist meine Meinung. Ich wollte mich bemerkbar machen, dass ich nicht der Dr. Hührlemann bin. Sie sind ja nicht gewesen. Wir haben natürlich das alles gewusst, denn unsere Techniker haben das habsichtlich mitgespielt. Jetzt würde ich mal schauen, was der Herr Rehmund sich bei dieser ganzen Sache überleitet. Herr Rehmund, wir haben Sie ja vorhanden gesehen, vor der Aufzeichnung von Herrn Küng. Ja, nach welchen Gedanken sind Sie vorgegangen? Das ist ja so gewesen, ich bin dort eingeführt worden. Ich habe den Zettel schon gesehen gehabt, habe ihn auf die Seite gelegt, oder? Der hat mich aufmerksam gemacht und mich geführt hat, dass ich nicht also dem Zettel keine Beachtung schenken muss. Das sei der eine, der da später einen Vortrag haben will, wo ich komme. Dann plötzlich wollte an den Scheinen anfangen, mal das Licht einschalten, dann kam er schminken, dann kam der Freund ein anderer Mann. Und dann habe ich geschaut, dass er irgendwie etwas da im Tum ist. Dann habe ich sofort noch ein bisschen eingestutzt. Und dann habe ich den Zettel, ganz am Schluss, mir hat das gesehen, aufzeigenlich, habe ich den Zettel noch einmal zur Hand genommen, aber ich habe die Einführung einfach einmal weggelassen. Und habe einfach gesagt, das weiss ja kein Mensch, dass ich nicht der Dr. Hörl im A.B. Das weiss ja kein Mensch draussen, wenn ich dort sitze. Ich habe einfach da gerade eingehängt. Ja, und es hat das auch mit einer relativ grossen Ruhe gemacht. Es hat noch Nerven gehabt dazu, wie man sagt, oder? Ja, das hat mich überhaupt nicht aufgeregt. Ich habe immer gedacht, dass sie das wirklich nicht wissen, dass ich jetzt eben nicht der Dr. Hörl im A.B. bin. Wir wissen ja auch nicht immer, wenn da irgendeiner im Fernsehen spricht, ob es das wirklich da ist. Wenn der gerade heisst, ja. Ja, oder? Und... Und... Noch ein verehrter Zuschauer, Sie hier im Studio sollen entscheiden, welcher von diesen beiden Kandidaten die Situation besser gemeistert hat, der Herr Rehmund oder der Herr Köng. Wir haben hinten an den Stuhllähnen Ihnen Rätschen herangeheftet. Tönen Sie jetzt einmal die Rätschen vorne nehmen. Dann, wir wollen jetzt mit einer Lautstärke mässig schauen, was Sie meinen über die beiden verschiedenen Leistungen. Der eine Kandidat, der sich sagt, ja, ich muss mich in einer solchen Situation bemerkbar machen, mit einem Blatt Papier. Der andere Kandidat, der sich das anders überlegt, möglichst grosse Ruhe bewahren. Wer von Ihnen das Gefühl hat, für die Zuschauer hier im Studio, der Herr Rehmund, hat die Situation besser bewältigt, darf ich jetzt einmal zünftig die Rätschen betätigen. Danke, Herr Fehlmann. Wer von Ihnen das Gefühl hat, der Herr Köng hat die Situation besser bewältigt, darf jetzt wieder die Rätschen betätigen. Das ist sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwer, vor Augen zu beurteilen. Wer jetzt mehr Rätschen hatte, ja. Ja, ein knapper Entscheid. Ich versetze Ihnen gerade simultan. Der Herr Rehmund hat sieben Punkte auf der Messskala, also kommt er auch sieben Punkte jetzt über. Jetzt ist er bereits auf, wenn wir mal schauen, 23 rüber. Ja, und der Herr Köng? Der hat Köng hat sechs Punkte. Und ist jetzt auf 18 rüber. Recht herzlichen Dank, Chef Dede Boy. Dankeschön. Also das Rennen steht jetzt 23 zu 18, aber es ist überhaupt noch nichts entschieden. Denn die letzte Runde haben wir ja auch noch bevor, verehrte Zuschauer. Wie hätten euch Sie in dieser Situation reagiert? Wir möchten jetzt Ihnen, verehrte Zuschauer, zu Hause einmal Gelegenheit geben, sich selber zu testen. Das heisst, Sie sollen zu einer Situation einen möglichst lustigen, humorvollen Satz finden, den wir jetzt innen einspielen. Und wenn Sie einen guten Satz finden, tun wir das unter Umständen bei mir mit einem Goldfrenneli. Wir zeigen jetzt Ihnen einen Film. Der Film ist aufgenommen worden in einem Tanzlokal. Dort drin spielt jetzt eine Band, die die Tanzpaare auffordern, jetzt auf das Parkett zu gehen. Und was jetzt passiert, das zeigen wir Ihnen im nachfolgenden Streifen. Und was jetzt passiert, das heißt, das ist eine Band, die wir jetzt innen, die wir jetzt innen, die wir jetzt innen, die wir jetzt innen, die wir jetzt innen. Darf ich Sie beten? Ja, verehrte Zuschauer, was würden Sie jetzt in dieser Situation sagen, wenn Sie statt einer blonden Dame von einem langhaarigen, blonden Mann angelächelt werden? Wir erwarten von Ihnen, verehrte Zuschauer, möglichst lustige Antworten, aber nur in einem einzigen Satz. In der nächsten Sendung tun wir dann die Antworten, das heisst die Szene, weiterspielen mit Ihren Antworten. Und ja, wir schauen, was Ihnen zu dem alles einfällt. Die lustigsten Antworten tun wir dann jeweils mit Goldfrenneli prämieren. Und zwar haben wir uns entschlossen, vorläufig mal fünf Antworten mit Gold auszuzeichnen. In einem einzigen Satz, hinten auf der Postkarte, was würden Sie in dieser Situation vor dem Mann sagen, wo statt einer blonden Dame den bekannten Gitarristen und Sänger Donny Vescoli angesprochen hat. Ich meine, es tut nichts zum Namen, aber bei der Langhaarigen bin ich noch nie ganz sicher, wer man dann anspricht, wenn man sich von hinten her anschließt und jemanden auffordert zum Tanzen. Wie schon gesagt, wenn Sie eine gute Antwort einschicken, haben Sie die Möglichkeit, ein Goldfrenneli zu gönnen. Die Adresse ist Schweizer Fernsehen, Teleboy, Postfach 8099 Zürich. Schweizer Fernsehen, Teleboy, Postfach 8099 Zürich. Ein Satz, hinten auf der Postkarte, bis am 27. Februar. Das heisst also, bis zum nächsten Mittwoch. Und nun, verehrte Zuschauer, laden wir Sie wieder ein zur Musik. Wir nehmen ein aktuelles Thema dran, das heisst Wintersport. Die Reise in den Schnee hat zusammengestellt Max Ruegel. Hans Möckel hat das Medley, das Quadibett, arrangiert. Und Wintersport betreiben jetzt Biera Mattel, Buz Bennet, Strio Augster und Bea Abrecht. Und ich wünsche Ihnen ein Bit von Flügel. Ja, wenn es am Freitag 5 ist, so sieht uns niemand mehr. Dann haben wir höchst diese Bahn und fahren fort in den Schnee. Der Einti nimmt den Schlitten, mit der Ander seine Ski. Und drei Stunden später kann man sich schon einig sein. Ja, happy days are here again. Ein Wochenende ist kein Berschön. Bloß der Wiese oder bloß der Kün, wenn wir dann am Bähnchen stehen. Leise rieselt der Schnee. Haben Sie echt das Bändchen schon gesehen? Das Bändchen wird sicher bald kommen. Blau, 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 wieder rennt sie ja. Durch die Nase blau, und drum seid ihr auch. Ich stehe niemals mehr an einem Sonntag an, weil am Sonntag man gar nicht fahren kann. Liegt ein Sinn darin, dass man zu Eis erstarrt, bis die Gondel uns auf den Gipfel karrt. Aber den Kör kannst du dann wie der Teufel fahren, dann sauset deine Ski. Ist gerade der ganze Ärger vergessen und vorbei. Ist gerade der ganze Ärger im Pulverschnee vorbei. Ski heilen! Mach die Augen zu und dann kann Kolombin irgendwie. Spirier, komm sicher, aber mach die Augen zu und nimm ein Aspirin, wenn's die umhaut. Ist ja klar. Es liegt immer an der Bindung, wenn man auf die Nase fällt. Dies behaupten in St. Moritz Fahrer aus der ganzen Welt. Na, die Kolomben, sie fluchen, stürzen sie wohl in den Schnee. Um Medaillen dort zu suchen, plus das schweizere Romain. Es muss was Wunderbares sein, von dir trainiert zu werden. Für eine Stunde bist du mein und du zeigst mir Pröllgebärden. Ich kann nichts Schöneres mir denken, als hinter dir zu schwenken. Mit Schwüngen links und nach rechts und nach links und am Schluss grad aus. Sollts dich trotzdem überrieren, so tut's halt weh. Spirier, 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 Spirier. Ja, da liegst du hilflos tun und du lügst dagegen da. Das heisst, du hast nur ebis g'sehen. Den Himmel über mir, den Himmel über dir. Halleluja! Der Himmel über dir, der Himmel über mir hat es g'sehen. Ganz in Weiss siehst du bezaubernd aus. Nur dein Nestchen steckst du in die Luft hinaus. Deine Beine sind im Schnee wie auf einem Bild von Klee. Und drum graben wir dich wieder aus. Danach geschlagener Pistenschlacht, fragt jeder, was man z'oben macht. Komm doch, komm ein Beere suchen, es hat ja ganz einen Haufen da. Es hat blondes, es hat schwarzes, es hat braunes, es hat gemischtete, die Wände tanzen gehen. Und wo trifft man dir an? In der Kämiehütte ist ein grosses Kämiehütte-Kämiefest. Und ums Kämiehütte-Kämiehütte-Kämiehütte-Gäste. Denn im Kämiehütte-Kämiehütte-Kämiehütte-Kämiehütte-Wurscht. Kannst du nicht mehr für dich sagen, schlaft man Duhüi. Kannst du nicht aufgenommen, Schlaft man Dhesien versichert? Gschwindes Helds, Gschwindes Helds, bitte, schon sabiert. Und dann hättet mir sofort Karte gern studiert. Gschwindes Helds, Gschwindes Helds, bitte, sie ist schon da. Und dann hättet mir auch gern ein Schleses Tesse gehabt. Es geht eine Träne am Eisen, sie löst sich vom Auge und flieht. Sie flieht aus der Schweiz vor den Preisen, die man neben den Speisen so sieht. Das kann auch einen Schneemann schlicht erschüttern. Franken vier für ein Bier, oh lack du mir. Oh lack du mir, oh lack du mir, oh lack du mir. Da kann sogar ein Schneemann wuch verwittern. Und er schmilzt, weil er merkt, ich bin Stier. Und darum sagen schon am Sonntagmittag wir. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, my müh'n scho frühener hei. My wette gerne bliebe, aber es fällt uns an den Stein. Goodbye, oh fide seh. Mir tut der Abschied weh. Mir trafet alles beim Zalte, dann im Mai am Griefe seh. Und wann's dann z'nachs mal frühtig ist, so g'seht, als niemand mehr. Dann hab mir hörts, schiesse, warum fahret gut in's Schnee. Mir hauert's weg, geht hör die Uhr, mir sind der Bier und Trau. Und alles kommt genau, mir flitscht die Wien fendt an. Und alles warnt mir flitsch mal an. Vielen herzlichen Dank, kurz Benetz, Bea Abrecht, Vera Martell, Ihnen habe ich noch rasch einen Original-Teleboy. Sie vertreten die Schweiz am Grand Prix von der Eurovision im Breiten mit dem Lied «Ein Ruf nach dir». Toi, toi, toi. Danke schön. Und zu ihr Eugstrebenfalz, herzlichen Dank. Wir kommen noch zur allerletzten Spielrunde. Da gibt es jetzt acht Punkte zu gewinnen. Ehepa, Raimund, darf ich Sie bitten, hier hinzukommen. Wir haben hier ein besonders kleines Auto parat gemacht. Das Auto, das weiss nämlich uns auf die nächste Aufgabe. Hier darf ich Sie bitte, Herr Raimund, Platz zu nehmen. Ich möchte unsere Zuschauer noch darauf hinweisen, dass der Herr Raimund hat voran mit dem Auto eine Probefahrt unternehmen. Frau Raimund, Sie dürfen erst einsteigen, wenn ich Ihnen noch zwei Mitfahrerinnen beitgegeben habe. Bitte schön. So. Und jetzt nehmen Sie bitte Platz, Frau Raimund. Wie fühlen Sie sich? Gut. Gut. Tönen Sie von hier rein. Herr Raimund, acht Punkte sind jetzt zu gewinnen. Es geht jetzt um alles. Sie befinden sich in folgender Situation. Ihrem Auto ist Benzinaus gegangen, Sie stehen auf dem Bahnübergang und jetzt kommt ein Zug. Bitte reagieren Sie. Tja. Herr Raimund, Schnell kommt dazu, gell Sie? Sehr schnell. Sehr schnell. Also, ich weiss nicht, ob es noch genau gelangt hat. Ich habe die Situation nicht genau von hier aus verfolgen können. Ich möchte darum einen Chef Teleboy anrufen, der hat sich das angeschaut, um zu schauen, ob wir Ihnen überhaupt 8 Punkte geben können. Oder vielleicht einen Teil von diesen 8 Punkten. Sie sind einfach rausgesprungen jetzt. Ja, ja. Sie haben gedacht ... Ja, aber wir können doch nicht noch den Karren auf die Seite stossen. So schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Das macht auch mal der Locki nichts. Eben, das ist so ein kleiner ... So ein kleines Auto ist gar nicht schade. Darum würde ich mal fragen. Ja, bitte. Der Locki macht nichts, jawohl. Am Auto macht es etwas. Ah, so. Ja. Danke vielmals, Chef Teleboy. Der Chef Teleboy hat gesagt, man hätte die Situation besser meistern können. Nämlich so, dass überhaupt kein Schaden entstanden sei. Also, das Schweizerkreuz von der Locki wäre vorne wahrscheinlich gleich weggespeckt. Und das Auto wäre total kaputt gewesen. Aber es gäbe eine bessere Lösung. Also leider kann ich Ihnen die 8 Punkte nicht geben. Darf ich Sie aber trotzdem bitten, jetzt Platz zu nehmen. Und Sie können gleich wieder einsteigen. Jetzt ist nämlich das Ehepaar Küng dran. Sie waren in dieser Zeit eingekapselt. Sie haben nichts mitbekommen von der ganzen Situation. Der Küng wird natürlich beglückt sein, wenn er so nette Damen im Auto hat. So. Bitte schön, Frau Küng. Ich möchte Sie gerne Platz nehmen. Und Herr Küng, Sie sind ja Autofahrer. Sie haben auch schon bereits mit dem Auto diverse Ränke fahren. So. Wie fühlen Sie sich hier drin? Noch gut? Herr Küng, 8 Punkte können Sie jetzt gewinnen. Also am meisten. Jetzt geht es um alles. Sie befinden sich in folgender Situation. Ihrem Auto ins Benzin ausgegangen. Sie stehen mit Ihrem Auto auf einem Bahnübergang. Und jetzt kommt ein Zug. Reagieren Sie. Ich glaube, verehrte Zuschauer, der Herr Küng hat sich eine richtige Überlegung gemacht. Ich habe das jetzt auch nicht mitbekommen ganz genau. Ich möchte zur Sicherheit wieder den Chef-Teleboy anfragen und Herrn Küng aus seinem Auto befreien. Excuse. So. Sehen Sie, so bequem geht das. Ja. Bitte schön. Zu spät. Zu spät. Mhm. Frau Küng wäre noch runterkommen. Danke schön. Aha. Sehen Sie, es geht automatisch den Daumen vom Teleboy jetzt runter. Sie sind knapp an der richtigen Lösung vorbei. Aber in einem solchen Augenblick spielt die Geistesgegenwarte eine Rolle. Sie wollten zuallererst aussteigen. Und das mit dem Anlasser ist ihnen erst noch insynchro. Aber es hat mich trotzdem noch gefreut, dass Sie auf diese Lösung gekommen sind. Denn das wäre richtig gewesen, wenn Sie Geistesgegenwarte gehabt hätten. Nämlich sofort den erste oder den zweite Gang hinein, um mit dem Anlasser weiterzufahren. Das wissen nämlich die allerwenigsten Automobilisten, dass man das machen kann. Wenn Sie also auf einer Kreuzung auch stillstehen mit Ihrem Auto, dann können Sie einfach den Anlasser betätigen und weiterführen fahren. Äh, unser, äh, Garage-Chef hat bereits schon das Auto im Beschlag genommen. Darf ich Sie wieder bitten? Platz nicht da oben. Jetzt können wir nochmal das Gesamttotal anschauen. Ehepaar Rehmund hat 23 Punkte, das Ehepaar Küng hat 18. Also das Küngshemd verloren, aber nur ganz knapp. Aber trotzdem, Herr Küng, es gibt 5 Gold-Fränchen versorgt in einem Original-Teleboy. Das heisst, der Teleboy soll Sie in einer Notsituation wieder mal auf bei bringen. Er soll Ihnen wieder mal auf bei helfen, wie auch ein Stehaufmännchen. Und 220 Franken ist jetzt das Wert. Eins, wieder 220. Zwei, drei, vier, fünf. Fünfmal 220 Franken mit dem Original-Teleboy. Herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Dankeschön, Felix. Und jetzt kommen wir zu Rehmund, zu den Sieger. Applaus Herr und Frau Rehmund, 10 Gold-Fränchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehnmal 220 Franken. Fertig, wir sind nicht bereit, Herr Rehmund. Danke, Herr Rehmund. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Vielen Dank, Herr Rehmund. Spannend. Damit, verehrte Zuschauer, wären wir am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten. Das nächste Mal sehen wir uns wieder am 20. April. zu der Sendung Teleboy. Auf Wiedersehen, verehrte Zuschauer. Applaus Applaus Auf Wiedersehen. 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 Musik Musik